Als mein Boden zittert ist Hummer Timor Als ich an einem dicken Beat mein junges Herz verlor Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor Wenn ich durch Berlin City grüßen stelle Was machst du da? Ein Film? Ein Film? Das ist doch scheiße Geht mal lieber Ich bin doch dabei Urlaubssport nicht betätigt hier Muss ja mal sein Das ist lustig Bin ja mal gespannt Wow Ne, jetzt kann ich das nicht sagen Was? Pöne die Lippe Hast du auch? Dabei hatte ich schon diese Kacken Und ich wüsste hier sind sauber, oder? Ich sag, das Sandzeug haben wir hier rufen Ja, ja Ja, Sport, das ist ja mal geil, ne? Wir können ja mal ein bisschen hier die Gegend führen Weil man schon keine Vorbild machen kann, ne? Aber wie man sieht, so finde ich Eis okay Er auch mal Oh Mann Sagen Sie was zu, die Kamera Du bist doch so doof Darf man da mit auf der Straße fahren? Ja, Mann Ich würde hier prüfen Echt? Ja, ja Ja Hast du dein Fahrrad zu? Deshalb müssen wir auch diese Hydraulik-Brense haben Oh, das ist ein Jas-Pedal Das sehe ich ganz genau Oh, das ist doch rot Na, ja Da war grün Ne, da ist das Ampel-Menschen Okay Hier, wir können auch so machen Ich bin ja mal gespannt Ah, komm, ihr holt es so weit Oh, die die Okay, da ist der Weg Weg, ich fühl doch nicht Das ist so richtig lustig Ich fühl doch gar nicht Aber wie sieht er das nicht? Oh, ich mach schon Also Du sitzt nicht hier gerade in der Corona-Fahrer oder so? Ne, Oase Meinetwegen auch in der Oase Corona ist ein Bier Oh, stimmt So ein Ku-Bahn-Schiss Stimmt Ja, okay Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden Wir machen ein Videotagesuch Ja Weil da waren schon Ich kenne viele Geile Sprüche Ja Und wir sind jetzt So voll zum Schreiben Eben Also? Also machen wir jetzt ein Videotagesuch Eigentlich? Ja Cool Ja Ja, wir sitzen jetzt hier gerade Einer der geilsten Sprüche war zum Beispiel eben Wir tun nicht, haben nicht Wir tun nicht, haben nicht, ja Wir tun Ja, doch Wir tun nicht, haben nicht War schon sehr geil Ja, wir haben halt schon Schweden getroffen, ne Die waren ganz cool Und Gambi Gambia Gambia Gambi Gambianer Gambianer Gambianosen Gambianosen Das ist überscheinlich Gambianosen halt, ne Ähm, ja Und Ja Gambianosen Kann ja mal einmal An der Base rumfenken Ist ganz geil hier So lange ist aber mein Gelenk nicht Oh, das bin ich Okay, zurück Das ist der Fernsehturm Da waren wir eben schon drauf Jetzt ist er gelb Iben war er noch lila Ja Ist ganz cool da oben Aber irgendwie auch ein bisschen langweilig Aber wir sind froh, dass wir bei Nacht da waren Irgendwie Schon, wa? Und wahrscheinlich können wir das nachher mega scheiße viel gucken Ich denke auch, aber egal Und ja, mal gucken, was heute Abend noch so geht Wir wollten ja früh ins Bett Ja, was glaube ich aber nicht funktionieren wird Weil wir hier schon sitzen und ein Trinken Man kann ja mal gerade viel gucken Jetzt ist noch nicht viel, aber Viel, aber Ja, also der Sambuca ist schon leer Muschi hatte den heute das erste Mal mit Kaffeebohnen Und das ist ein Malibu-Kirsch Genau Und wie man sieht, das Chaos haben wir aus Lüberg mitgenommen Ich meine, wir haben den Tisch alleine Und er ist ziemlich groß Wir finden locker 8 Person Platz Ja, ich denke auch Aber naja Ja, und wir wurden eben eingeladen Ob irgendwo hinzugehen Ja Wir haben nur kein Geld mehr Ich meine, da drüben ist eine Sparkasse Aber dann müssen wir natürlich auch hinbeflegen Und wir bringen eine Sparkasse auch nicht zu viel Ja, weil sogar alte Omis kann ja schnell laufen, ne? Nein, sie hat gesagt kleine Omis Weil wir ja auch kleine Omis Guck mal, wenn du alt bist, ist auch eine kleine Omi Dann kannst du das auch mal zwei Minuten schaffen Weil da ist die Tramp Da, wo die Strasse ist Ja Ja Und die gehen halt stimmen Ja Und du? Ja, ich denke mal, das war jetzt erstmal Schluss Vom ersten Videotagebuch Heute ist übrigens Dienstag Ja, genau Der zwölfte Ah, ich glaube mittlerweile ist es schon Mittwoch Genau Der dreizehnte Also irgendwie sowas Mhm Und äh, ja, dann wohl bis morgen Bis morgen, genau Hunze Hunze Moine Also ich würde mal sagen, wir sind mittlerweile Die M2P ist Wie man erkennen kann, hat das nicht funktioniert mit Schülpennen gehen Nö Weil wir haben es jetzt, ich weiß nicht, fünf Nö Nö Kurz vor vier Am Mittwoch Kurz vor vier Na klar, kurz vor vier ist es Kurz, also wir können auch ein bisschen feiern Ähm Wir haben zwei Kunden Ja, der muss ich Nee, ich glaube, der muss ich nicht schweden Sondern, sondern, sondern Ihren Ihren Zu dünn hat Und er wird sich den von Und da drüben Den filmen ich jetzt mal nicht Ausleihen Ja Weißt du noch nicht, wie die M2P hochkommen sollen? Ich auch nicht Ach, übrigens ist es schon Mittwoch Ja Nicht, dass wir die Tage verplanen Mittlerweile ist es Mittwoch, der dreizehnte Ich weiß ja nicht, ob es es muss Wo? Aua Ich freue mich Ich muss mir mal was ausleihen, was? Ja, mittlerweile freuen wir uns echt auf Mario Marz Weil, er war Mario Barz Entschuldigung hier Entschuldigung hier Entschuldigung hier Na, der kann mir noch mal sein Aber, nein Ich bin Auch hier Aber das reit er nicht Er denkt erst jeder Das ist auch Gut so Ja, baby, hättest du das? Ja, guck er Und, von? Hast du Feuer? Warte noch mal, ich schütze mich so hin Hast du Feuer? Das ist so eine typische, war? Ich schütze mich so hin Ja, lass ein Foto machen Merci beaucoup. Sie macht aber einen Film. Aber einen Film? Ich dachte, sie macht Fotos. Nee, sie macht einen Film. Sie macht einen Film. Dann machst du jetzt ein Foto. Lieber Fotos. Dann machst du jetzt ein Foto. Ja, dann tschüss, Videotagebuch und so. Na ja, man sieht dich morgen. Heute. Heute meinetwegen auch. Sag mal. Siehst du das nennen? Ja. Ladies and Gentlemen, DJ Katastrophe hat es geschafft, bis 6 Uhr aufzulegen. Möchtest du noch was sagen? Vor die Kamera? Mittlerweile ist es wieviel Uhr? 6? Genau. Das ist 3 Minuten nach 6 Uhr in Berlin. Ich weiß nicht wie es in Lübeck. In Deutschland ist überall die gleiche. Oh my God. Nee, wir machen jetzt Videotagebuch. Ja, läuft. Läuft? Okay. Mittlerweile ist es halb neun, neun oder sowas. Morgen. Am Mittwoch. Morgen, am Mittwoch. Den 13.07.2011. Ja. Wir sitzen hier jetzt mit unserem Besuch. Haben wir eins? Ja, wir haben eins. Ja. 05. Wir haben unsere Kappe ein bisschen weiter aufgerissen. Ey Dirk ist wieder was. Das ist der Dirk. Alias Kai, aber egal. Sag mal Hallo. Ey Dirk, sag doch mal jetzt Hallo. Ey Dirk, sag doch mal jetzt Hallo. Ey Dirk, sag doch mal bitte. Ey Dirk, sag doch mal bitte. Vor allem, er ist noch 5, wenn man sehen kann. Er ist Marcel. 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 Marcel, ja. Marke. Er heißt Kai-Uwe-Dieter-Dirk-Bohlen. Mittlerweile. Mittlerweile. Horst ist auch schon dabei. Es kommt noch einige Namen dazu. Aber Horst kam so plötzlich. Wir haben gelernt, dass es nicht der Bundestag, obwohl es eine Kuppel hat, das ist der Berliner Doho. Mensch. Mal lass nicht. Das ist nicht der Reichstag. Aber der Berliner Doho. Ich wollte das mal. Okay. Ja, danke. Ja, danke. Er ist der Zigarettenmensch. Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein Letz. Achso. Ja. Dirk, willst du auch nicht Zigaretten? Ja. Also jetzt habe ich Bierchen und Zigaretten. Wie gesagt, es ist 5 vor 9 oder sowas. Wegen! Mögen! Na, wir müssen irgendwo mehr zu verkacken. Wo macht der Krieger noch das? Das ist eine Mutschatzverkack. Aber wir kommen dort nicht in dem Willen und nicht. Eh. Ich habe doch... Aber wir haben doch das Kinn gehört. Ja, das kann ich ja nicht. Ich bin super. So war die zuerst gekommen. Vielen Dank.